Hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Willkommen bei Mafia 3. Euer Transact für euch am Mic. Ja, heute geht's weiter hier mit erledige Toni Derasio. Die wählen wir mal eben aus hier. Und los geht's. Schleiche dich in das Royal Hotel. Ah, ich hab da irgendwie kein gutes Gefühl bei dieser Mission. Ich glaub, das geht ganz schön in die Hose irgendwie. Ins Hotel reinsteigen. Das riecht nach viel Wachposten. Naja, wollen wir mal schauen. Wir sind hier in unserem heißen Schlitt. Erstmal noch ganz herzlichen Dank für eure Likes und Comments im Voraus. Für alle, die es noch tun werden. So, wir sehen hier mal eben die alte lahme Ente hier mal. So. Kein Zeit, keine Zeit hier. Müssen wir nämlich erstmal ein Dich hier ins Hotel finden. So. Packen wir mal schön in den Verbotsraum hier. Ach, wir müssen erst das Auto stehlen, ne? Ups. Ah ja, okay. Tschüss. Ah, hier sind hier Leute. Hier sind keine Leute. Zum Glück. Okay. So, okay. Ich hör keinen Mox. Sind hier irgendwelche Leute? Mhm. Hier sind nicht irgendwie... Ah. Da hinten läuft jemand. Ah, die könnten die Polizei rufen, wenn ich den ja jetzt kalt mach. Keine Tonne und nix. Der sagt natürlich gleich Bescheid. Mann, das ist wieder doof hier. Kann ich mich nur irgendwo verstecken? Da sind die Polizisten gleich wieder da. Läuft gerade jemand. Das ist natürlich echt doof. Kann ich da nicht irgendwie anders ran? Ich lauf mal außen rum. Gucken. Äh, wir müssen da ein bisschen mit... ...bedacht an die Geschichte rangehen. Hier kann ich auch nur wo rein, ne? Dass ich durch das... ...ne. Okay. Das ist schon ein bisschen besser, glaube ich, hier. Was dauert denn da so lange? Ich sage, es dauert einen Monat. Was dauert einen Monat? Warum flüsterst du? German. Oh, Tony aus Dominic. Okay. Du spinnst doch völlig, Mann. Das dauert sechs Monate. Gehen wir hier an die Wand. Jo, das ist besser. Von dieser Seite. Jawohl. Das verdammt nochmal, war das? Den krall ich mir jetzt als Ersten. Der guckt gerade nicht her. Ach Mann. Du kommst doch her, du Idiot. Das ist ja auch schon was wert. Und nun komm her. Ja. Ich mache das so. So, sauber. Der Wichser ist da drüben hin. Shit. Haben die was mitgekriegt? Haben wir ja hier. Sauber. An deiner Stelle würde ich mich auch verstecken. Das ist einer mit der Shutgun. Vielleicht ist er hier drüben? Nun komm, nun. Ich glaube, das ist aber nur noch der eine. Vorher, ja. Ich finde dich, du Schwanzlutscher. Verfluchte Zeitverschwendung. Ich... Anzeige, es gibt Kader. Aus der Innenstadt kommen Meldungen rein wegen eines bewaffneten schwarzen Einheiten im Einsatz. Nun geh rein da, geh rein da, geh rein da. Nun geh rein. Bei aller Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ah. Wow, 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 wow. Ah, das Ziel. Was war das denn? Shit! Oh, nicht in die Reifen, bitte. Nicht in die Reifen, bitte. Nicht in die Reifen. Nicht in die Reifen. Oh, nein, 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 nein. Ach, Mensch. Aber es ist nur ein Polizeiwagen. Ach, Mensch. Das ist aber auch zum... ...Mäuse melken ist das. Shit, 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 shit. Ich wusste, dass das wieder nicht klappt. Ich hab's gewusst. Bis zum Kotzen. So, hier raus, hier raus. So, komm, weiter, 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 weiter. Da kann's ja wohl rüber. So, weg. Oh, schnell weg. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Huhuhu. So. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Shit. Oh, nun lauf, 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 lauf. Ach, da kann er nicht hoch, da kann er nicht hoch. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. So. Huhuhu. So, ich will mal eben die Waffe wechseln hier. Ich nenne lieber die andere. Das ist ja auch mal richtig in die Hose gegangen. Ich hab's fast gewusst. Gleichberechtigung. Warum versucht ihr alle so zu sein wie die Weißen? Oh, der sieht mich nicht sauber. Wir haben Ihren. Dabei sollten wir uns verlassen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt sein Fahrzeug. Oh. Oh, 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 oh. No, fa, 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 fa. Oh, 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 oh. Das könnte geklappt haben. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Huhuhu. Meine Güte. Das ist aber echt schwer, die Polizei hier abzuhängen. Wir sehen, dass wir hier die Gurke loswerden. So, schön weiterfahren. Genau. So, mal eben warten, dass hier die Fahrnung wieder eingestellt wird. Dann versuchen wir das nochmal. Parken wir hier mal eben. Das ist ja ganz in der Nähe. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Und Streifeldienst wieder aufnehmen. Nicht wiederholen. Ist das nicht mein Auto? Sieht aus wie mein Auto. Oh, oh. Oh, shit, shit. Oh, oh. Vergeltung. Jetzt kommt Vergeltung. Aber komm her, hier. Oh, wie viele das sind. Sauber. Und gelassen. Ja, erwischt. Jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe. Oh. Das war richtig knapp. Was ist das hier für eine Mission hier heute? Was geht hier ab? Meine Güte. Oh, my goodness. Ist jetzt da noch einer drin? Ich setze die Waffe weg. So. Vergeltung war das. Ei, 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 ei. Ja, ich habe hier ordentlich... ...ordentlich Mist gebaut. Steigt wieder in den Wagen. Ja, erstmal das Auto finden. Hey, was soll das machen? So, ich hole mir jetzt hier gleich irgendwo mal ein Auto. Ich glaube, das ist doch ein bisschen weit, oder? Nee. 112. Ist ja doch hier ganz in der Nähe. So. Ja, wir müssen uns auch ein bisschen bewegen hier, ne? Kann wir hier auch durch? Das lassen wir lieber. Wie sieht das denn mit meinen Waffen aus? Oh, oh. Nicht. Nee, nee, nee. Mach weg. Oh, das geht ja erstmal noch. Ich sollte hier verschwinden. Ach so. Oh. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Ach, das Auto steht hier noch. Nice. Ah, die Karre ist ja, glaube ich, super im Eimer, ne? Oh ja, keine... Keine... Keine Reifen drauf, Astrain. Aber ist ja nicht weit. Ja, geklaut hatte ich den ja schon, das stimmt. Zum Glück ist das nicht weit. Da darf jetzt auch nicht mehr viel passieren mit der Höhle. Läuft ja wie geschmiert hier. Oh, oh. Oh, 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 oh. So, wo müssen wir jetzt lang? Da vorne müssen wir hin. Okay. Ich hoffe, die müssen wir mit dem Wagen nicht noch fliehen irgendwie. Der ist ja völlig im Eimer. Astrain. Egal, wir spielen das jetzt so durch. Ich könnte die Mission natürlich auch nochmal machen, aber... Ich versuche das jetzt mal mit den kaputten Felgen hier. Ich pack hier mal, wa? So. So, die müssen wir alle platt machen. Ei, 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 ei. So. Mal ranpfeifen. Der kommt nicht. Oh, der guckt da genau her. Nee, das geht so nicht. Der guckt gerade. Okay. Oh, drei Viecher sind das hier. Vier. Ah, nee, oh, nee. Ich muss den weiter rauskriegen. Die sehen das. Der guckt gerade. Scheiße, verdammte. Genau, komm mal her. Der ist hier drüben, ihr Flachdienst. Oh, oh. Der Bursche gehört mir. Ja, komm her, hier. Komm raus, Bubi. Umgeh ihn. Umgeh ihn. Wo ich deine Aufmerksamkeit habe. Kannst du sterben. Wo ist die? Komm her, komm her. Schön, dass du mir das auch verrätst, dass du nachlebst. Ach, da hinten ist der. Da bist du also. Oh, shit. Wo ist denn die Ratte? Ich suche mir Deckung. Ich seh den Vogel nicht. Wo ist der? Wo zum Teufel ist der hin? Weg. Vielleicht ist der hier drüben. Oh, da ist ein Schrank. Ich brauche unbedingt Medizin haben. Hier ist er nicht. Lass er weiter. Ach, da ist er. Sauber. So, jetzt will ich mir erstmal eben schnell Medizin besorgen. Hier müsste irgendwo ein Medizinschrank sein. Sonst bin ich nämlich gleich weg vom Fenster hier. Nice. So. Sehr schön. Oh, ich habe nicht mehr viel Schuss hier. Vielleicht kann ich dem Idioten da noch was abnehmen. So, okay. 24 Schuss. Da ist noch Geld. Das nehmen wir auch noch mit. Hat der auch noch Munition? Das wird bestimmt gleich heftig werden oben. Da ist auch noch was. Und Munition. Oh ja. Die hatte gerade auch Munition. Sehr schön. So, weiter geht's. Die haben wir schon mal alle schön platt gemacht hier. Puh. Da geht's zum Aufzug. Oh, eine schöne Pizza und Bierchen. Hier haben sie sich das schön gemütlich gemacht. Und da haben wir noch einen Schrank. Sehr schön. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt mit den kaputten Reifen klappt mit dem Auto. Aber nur noch auf seinen letzten Resten der Felgen fährt. Du, der ganze Zeug in Stütterhaut. Ich will wissen, was zum Teufel da los ist. Hast du gehört? Die Lautstärke war ausreichend, danke. Was? Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen. Ich hab alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9. Wie bist du alt? Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Selten, diese Penner scheißegal. Das Einzige, was ihn interessiert, sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Verstanden? Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen, wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlasse mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Ja, 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 ja. So. Wo ist der blöde Idiot? Ja, der hat mich schon gesehen. Oh, 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 oh. Da ist er. Da ist er, ja, da ist er. Und den Rest des Tages frei. Okay, die Sache ist, die Abgeordnete. Als Mr. De Razio einen sehr großzügigen Beitrag zu ihrem Wahlkampf geleistet hat, war das wegen der Versprechen bezüglich dieser Grundstücke in der Innenstadt. Gut dokumentierte Spenden übrigens. Die werden das wahrscheinlich mitkriegen. Nur eine Erinnerung. Hm? Ich hab sicher etwas gehört. Na ja, ja, ja. Dreck. Ich reiß dich ins Stück. Hallo, ich verschein's mich. So, einer ist da noch. Du bist tot und du merkst es nicht. Zack. Boah, das war aber in letzter Sekunde. Alter Schwede. Okay. Das lief doch mal ganz gut zwischendurch hier so. So, wo ist De Razio, die Ratte? Oh, oh. Das sind noch mehr. Ah, shit. Den haben wir auch. Ja, das gefällt dir, was? Auf jeden Fall, mein Lieber. Komm her, ich muss näher kommen. Schnapp ihn dir von der anderen Seite. Ah, shit. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Ich lade nach. Erwischt. Schaffst du das nicht, du Schwanznützer. Oh, das war wieder super knapp. Das ist ja die reinste Schießbude hier. So ist es. Du musst hochkommen. Ich hab nämlich nicht viel Schuss hier. Boah, der Junge. Sauber. So. Kann man lieber gehen gehen, wenn wir ja. Hm, kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Okay. Wohl. Doch. Das ist schon ganz nett. Die behalten wir jetzt. So. Vorsichtig sein hier. Ach du Scheiße. Das sind ja noch mehr. Oh, ich geh wieder zurück. Hier ist nämlich eine recht gute Deckung. Da sind noch mehr. Ach du Scheiße. Wie viel sind das denn? Eieieieieiei. Hab ich da Luzinationen? Da ist einer. Da kommt jetzt einer. Sauber. Kommen wir. Vielleicht ist der jetzt Ecken. Komm her. Scheiße, ihr atmet nicht. Hey, hey. Hier drüben. Alter Schwede. Ja, da. Noch eine Kugel verschwende ich nicht an dich, mein lieber. So, wo sind denn die anderen Leuten hin? Okay. Okay, okay, ich gehe. Hier ist er nicht. Such weiter. Hm, von der Seite kommen wir nicht ran. Munition, das ist gut. Gut. Okay. So. Da kommt noch einer. Okay. Jetzt kommen wir langsam. Sauber. Voll das Schlachtfeld hier. Was hat der denn eben noch für einen letzten Krampf gehabt, ja? Oh, oh. Ah, das sieht, glaube ich, ganz gut aus jetzt. So langsam müssen wir hier vorwärts kommen. Oh, entschuldige. Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. So, mein Lieben. Und an dieser Stelle machen wir auch einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Und nächstes Mal schnappen wir uns, Tony. Ja, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao. Und jetzt drüben. Musik 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 Musik